Ah, Ben! Hi Harald. Na, wie geht's? Ja, ganz gut. Wie läuft's an der Schule? Alles super, danke. Schön. Du, ich bräuchte mal deinen Fachmännischen Rat als Polizist. Aha. Streck dich in dieser Sinn losnehmen! Was? Du hast es momentan, ich dachte... Du glaubst, ich wollte hier mit dir leben? Du brauchst mich. Du bringst mich ins Gefängnis, ich krieg vielleicht zwei Jahre! Die vergehen wie im Flug. Ich werde dich jede Woche besuchen kommen, Susanne. Wir haben noch ein ganzes Leben zusammen vor uns. Du glaubst, es ist eine Liebesaffäre? Eine Beziehung, hm? Was? Kleine, klebrige Goldstände? Und meine Haare in deinem Tagebuch, hm? Wo hast du die Objär? Mit dem einer Scheißspinze hat mit 10.000-Badding-Zimmer mit Softer, oder was? Weißt du nicht, dass man andere Leute Tagebücher nicht liest? Das ist privat! Wir sind keine Kumpels. Und haben wir kurz rausgeholt. Und haben wir zur Kumpelskollung bempelt! Das ist ein Kumpelskollung. Fass. Ach du, das ist ein Kumpelskollung. Der Kandidat hat 100 Punkte. Wenn's reicht. Wieso erkennst du mich? Déjà vu. Respekt, die wenigsten kriegen mich mit. Ich hatte genug Gelegenheit. Man könnte fast sagen, ich bin ein Fan von dir. Und? Gibt's einen Fanclub von mir? Meine Teenie-Kreiszeit ist lange vorbei. Wir sind erwachsen. Lassen wir den Plural. Lass uns spielen. Viva Las Vegas de nada. Versch mich nicht.